So, hallo meine Lieben, hier ist wieder Doc und weiter geht's mit You Don't Know Jack. Ja, also ich bin jetzt ja dabei, mich langsam durch die You Don't Know Jack-Reihe, oder zumindest da durch das amerikanische Original durchzuarbeiten. Und ja, nachdem ich das letzte Mal Volume 2 gespielt habe, aus dem Jahr 96 glaube ich, wo wir unter anderem eine Frage von Kevin Bacon bekommen haben, oder zumindest von einem Kevin Bacon impersonator, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, und ich in der ersten Runde relativ gut abgeschnitten habe, in der zweiten, naja, jetzt nicht unbedingt so gut, dass ich das mit stolzem Gewissen oder mit, ja, stolz vorzeigen kann. Geht's jetzt weiter im Jahr 97 und zwar mit einem weiteren Teampack. Ja, wir hatten ja schon mal ein Teampack, und zwar You Don't Know Jack Sports, wo ich absolut abgekackt habe, aber das waren auch ziemlich, also erstmal kenne ich mich in dem Teamgebiet gar nicht aus, und das waren auch sehr amerikazentristische Sportfragen mit irgendwelchen Teamnamen oder speziellen Sportregeln. Wenn ihr das sehen wollt, bitteschön, guckt einfach in die Let's Show Playliste und dann könnt ihr euch ja mal das Debakel anschauen. Tja, und heute geht's weiter mit einem weiteren Themenpack, und zwar You Don't Know Jack Movies. Ja, es geht um Filme. Da muss ich sagen, bin ich etwas zuversichtlicher. Klar, es wird eher um ältere Filme gehen, weil das Spiel kam 97 raus, dementsprechend werden dann nur Filme behandelt, oder möglicherweise Filme behandelt, die bis zu 97 erschienen sind. Aber ich will mal behaupten, dass ich da ein bisschen besser klarkomme. Wir werden's sehen. Ich hoffe, es wird besser als beim letzten Mal. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das vorletzte wirkliche Themenpack. Also später gibt's, glaube ich, nochmal You Don't Know Jack Television, was auch wieder ein bisschen schwierig werden könnte, wegen amerikanischen TV. Aber wir werden's ja sehen. Übrigens, ich nehme das gerade zu einer bestimmten Zeit auf. Es ist tatsächlich so, dass manchmal das Spiel auch auf bestimmte Feiertage oder auf bestimmte andere Sachen reagiert. Schauen wir mal, vielleicht kommt da jetzt was. Aber ohne jetzt weiter zu reden, würde ich sagen, geht's los mit You Don't Know Jack Movies. Chaos wie immer. Oh, look, I've already got a Grievance from the Union. Oh, yeah. Excuse me, let's see. Union worker was asked to pick up pencil. Okay, this is from one of our writers. Uh, yeah. You ask her, you talk to her. Hello, people of the planet Earth. My name is Raoul. Why don't you tell me how many people we have playing today? Okay, so let's say we have a new moderator, this is Raoul. Yeah, always. Always, 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 always playing here. Ich lasse mir wieder einen wunderschönen Namen geben, also. Ja? Ja, nenn mich Gimp, wenn ihr es nicht glücklich macht, bitteschön. Ich denke, ein guter Name für dich, Spieler, wäre Jungle Rot. Oh, yeah. Willst du ein 7-Questions-Game? Nein, ach komm. Volle Ladung. Dazu wo springen wir. Die Regeln haben sich nicht geändert. Natürlich. Ja, wir lächeln uns durch die Show durch. Ach, schön. Okay, pick eine Kategorie. Na, so ein bisschen, äh... Ich war zweitfilmmäßig. Question 1. Shh. Well, what do we have here? That's a horse dropping of a different color. Looks like this one's going for a thousand bucks. We'll start with a horse of a different color from the Wizard of Oz. Well, he's pulled his last coach in. If he can't find some other way to be of use, it's the glue factory. What would the horse of a different color from the Land of Oz have to do, if he wanted to be hired as the logo for TriStar Pictures? Become pink and grow a horn. Turn white and grow wings. Change to bright red and grow a man's torso. Or turn orange and grow another head. Also, ich kenne TriStar Pictures, aber ehrlich gesagt, das Logo, keine Ahnung. Go for it! Äh. Ach, ich rate jetzt einfach. Surveys says Naja. The correct answer is Turn white and grow. The TriStar Logo is Pegasus, the winged horsey. Think of TriStar as some billionaire Japanese movie executive Who is my little pony. Ich glaube, das ist immer noch das gleiche Logo, soweit ich mich erinnern kann. Alright, hit me. Wasch mit dem. I proudly present, hope you have a good lawyer and you pop a right answer, you got 2000 bucks. Okay, say you pulled over for speeding in Pennsylvania, the Keystone State. If the State Patrolman in Pennsylvania were to act like Keystone Cops, what might you expect them to do after they pull you over? Issue a warning and wish you a safe trip. Shake your hand with a joy buzzer, throw a custard pie in your face or exit their car follow by dozens of clowns. Ja, da müsste ich jetzt nur wissen, was Keystone Cops ist. Keine Ahnung. The silent film era Keystone Cops made custard pie battles one of their comic fortes. Ach. Okay. Be careful that you don't pull one out and whip it at them though. I understand that carrying a concealed dessert is illegal in the State of Pennsylvania. Ja, dann lernt er die aus. Nein, wir wollen mal das denn. So real, you can almost touch it. Filmed in spectacular 3D. 3D. Let's see what we got going. A hard ass by any other name. 3,000. 3,000. 3,000. Just step up and take a swing at this one. If Rambo had the same characteristics as the person or thing that inspired his name, what might we have seen him doing in first blood? Reciting poetry, clapping and slapping his legs, using his ears to fly or doing a sexy dance. Nee, drittens ist Dumbo, oder was anderes. Sexy Dance? Nee, tanz ist auch nicht, das wär, äh. Nee, nee. Ähm. Clep. Das erste? The author of the book First Blood, David Morrell, says that Rambo is named after 19th century French poet Arthur Rambo. Ha! Schön. Yo, just because they're prisoners of war doesn't mean we can't free their minds with poetry. Ha, 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 ha. Ach, das passt der Programm, oder? The Wetser Stallone und Poesie, ja. Ist eine Einheit. Are you talking to me? Shark! Okay, give it up for... Are you talking to me? This one can net you a grand. Say, you know the Bachmann-Turner-Overdrive-Song you ain't seen nothing yet? Well, suppose BTO were to do a follow-up song to You Ain't Seen Nothing Yet, commemorating the first line spoken in the first full-length talkie. What would be the name of the song? You ain't heard nothing yet, we ain't done nothing yet, it ain't worth nothing yet, or we can't sing, but we're still successful. Äh, andro and... Äh... Ja, keine Ahnung. Al Jolson added dialogue to the recorded musical numbers in the Jazz-Singer. His first words are, wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. I think the next thing he said was, baby, 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 you just ain't heard n-n-n-nothing yet. Sehr viele Fragen zu Stumpeln bis jetzt, ja? Sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass so viel drüber weiß, aber... Ja. Oh, wie Orson Powers, oder was? Ever notice how Raptors have such small arms, and you pack it 2.000 bucks, if you get this one. Hey, check it out. You know how the guy who plays Newman on Seinfeld is the villain in Jurassic Park? Say Newman smuggles the Dino-Embryos out of Jurassic Park and into an episode of Seinfeld. Considering how he does this, what would the episode probably be about? Contraceptive sponges, shaving, gargling or anal injury? Tja. Ich muss es feindlicherweise gestehen, ich glaube, ich habe Jurassic Park 1 nie wirklich komplett gesehen. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie dieser Charakter das dort macht. Sponges? Contraceptive sponges? Nein, aber Newman ist der Börse-Kontroll-Poster-Child. Hier ist, was du solltest haben. In der Film hat er versucht, Dinosaur-Embryos aus Jurassic Park in einem Shaving-Cream-Container zu schmuggeln. Und in diesem Episode von Seinfeld wird Kramer versuchen, die Dinosaur-Embryos zu einer prominenten Chicken-Cream-Container zu schmuggeln. Erinnerst du, in der Empire Strikes Back, wie Han Solo Luke Skywalker zu schmuggeln lässt? Ja. Wenn Han um eine Linie von Winter-Apparel zu schmuggeln, die von der gleichen Dinge, die er benutzt hat, um Luke zu schmuggeln zu schmuggeln, auf der Eisplanet Ha, was kannst du von Han kaufen kaufen? Ein Wookie-Fur-Kot, ein Skarfe, die von Ewok-Droppings, Tantan-Jun-Line-Kontz oder Prinzessin Lea? Hat der nicht so ein Vieh aufgeschlitzt und hat den da reingesteckt in die Innereien? Ja. Ach, schön. Das ist doch traumhaft, oder? Ach, wir waren ja schon mal bei der Kälte. Ja, dann nehmen wir doch das zweite Mal. Oh nein, ey! Das wird mich nie in Ruhe lassen, glaube ich, oder? Ich würde sagen, 5.000 Dollar, um diese jibberische Frage zu starten, klingt fair. Nun, hör mal. Jede Sekunde und eine halbe, wird einiges von Geld verschwinden. Also, wenn du groß willst, musst du schnell sein. Okay, schau das Schmuck auf dein Gesicht und erzähl mir, welches Filmtitel das mit riehmt. Demand Padlocks, luck fatal. Und don't get hung up on the punctuation. Okay, okay. Äh. First hint, it's a thriller about babies. Äh. Oh, babies. Hä? It's a thriller about babies and an evil Rebecca de Mornay. Oh, baby. Ah, fuck, irgendwas muss da nicht sein. Need a hand with that cradle? Ach, so! Oder? Nee. Nein, Quatsch. Nee, das ist falsch. Ich schreibe es trotzdem mir jetzt. Rose Marries Babies ist doch kein Thriller. Ja, ist falsch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Der Hände ist Rockstekradel. Kenne ich nicht. Man, spooky, crazy nannies. Give me the creeps. I mean, Fran Drescher. Forget it. Ja, ich kenn auch nicht alle Filme. Hey, 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 nie gehört zu dem Film. Also. Life is like. Oh, shut up. Nicht das mal richtig warm. Life is like a- Oh, shut up! And we're talking 2,000 for this, baby. Okay, admit it. You saw Forrest Gump and you cried. Imagine you go see Forrest Gump again because you know it's such a happening thing to do. Which of these will you hear that happening guy Forrest say? It happens, Gump happens, crap happens, or shoot happens. Oh, ja was weiß ich nicht, was der, was der sagt da in, ähm, ja Crap würde ich glaube ich gar nicht sagen, sagt der doch gar nicht, oder? Gum, glaube ich auch nicht, Shoot Happens, könnte ich mir vorstellen. Ja, falsch gedacht, It Happens. Ja, natürlich, immer, aber hey, wenn ich mir schlecht mache, dann kann ich mich ja drunter einreihen, ne? Äh, Depardieu, Gerard Depardieu. Naja, es läuft ja einigermaßen bis jetzt. Nicht gut, nicht schlecht, wir schauen mal, wie es weitergeht. Keine Ahnung, also ich kenne mich im französischen Kino nicht so aus und vor allem nicht in Remakes von französischen, amerikanischen Remakes von französischen Filmen. Näh. Näh. Näh, das ist ein Remake von einem französischen Film. Und auch, ich denke, Babys sind Angst von Gerard. Ha, 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 ha. Kann ich verstehen. Näh, das ist die richtige Antwort. Mein Dinner mit André ist nicht basiert auf einem französischen Film, also es gibt keinen Grund, um Gerard Depardieu zu kasten. Und wiederum gibt es wirklich keinen Grund, um zwei Leute zu essen und zu zwei Stunden zu essen und zu zwei Stunden zu reden. Also, hey, sign ihn auf. Jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Ich werde auch Leute geben für so eine Art von Französischen. Jetzt haben wir die Zähne... Ah, mit Free Willy kenn ich mich nicht aus. Jetzt haben wir... Ah ja, James Bond. Tschüss. Hier haben wir von Goldeneye zu Pinkye. Und dein Plan für 3.000 Dollar Geld Geld. All right, I need you to complete this analogy. Sean Connery is to George Lazenby, as Peter Sellers is to... Roberto Bellini, Timothy Dalton, Alan Arkin, or Pete Bass. George Lazenby war, glaube ich, der Schauspieler, der nach Sean Connery für einen Film James Bond gespielt hat. Peter Sellers. Aber... Ehrlich gesagt, kann ich die anderen... ich kann mit... Lazenby was the first guy to replace Connery as Bond. Und Arkin was the first guy to replace Sellers as Inspector Clouseau. Aha. Okay. They both got to step into the famous Rolls only once. And I guess their licenses to kill at the box office were revoked. Okay, that's round one. Take a breath cause it's time for round two. Every question in round two is worth twice as much. So we got some serious cash at stake here. Let's get to it. Zumindest will ich nicht in den roten Zahlen, das ist ja auch schon mal was. All right, hit me. Ähm... Kann ich jetzt nichts ableiten, aber mal schauen. Quasi schneller. Zestfully clean, ja. Ähm... Ich hab den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Marlo Brando kenn ich nur als... ...den Part. Let me show you what someone smart would have picked. The lovers in Last Tango use a stick of butter as a lubricant. When the movie came out, it was a pretty big deal. It was after the release of Last Tango, that Peter switched to that imitation butter flavored stuff. Hauptsache das flutscht, ne. Okay, I need a category. Indiana Jones lässt grüßen, ja. Say hello to... ...cold and slimy actors. And it's worth two thousand dollars if you get this one right. All right, imagine this. Upon entering your favorite seafood restaurant, you see Don Notz swimming in a large aquarium near the kitchen. Which special will probably be on the menu that evening? Blackened Charlie Tuna, Filet of Mr. Limpet, grilled Flipper or steamed Mr. Peabody? Ja, da müsst ihr jetzt natürlich wissen... Nummer A, ich weiß grade, ich hab kein... ...bild im Kopf, der Don Notz ist. Und ich hab keine Ahnung, welche Filme er mitgespielt haben könnte. Äh... ...Libber mitgespielt? Nein. Let's take a look at the right answer. Don Notz turns into a fish in the incredible Mr. Limpet. Boy, what I wouldn't do for some melted butter now. Hey, maybe there's some leftover from Last Tango in Paris. Also mein Geld, ne, das ist auch richtiger Jolo-Effekt. Ich schwanker wirklich zwischen Plus und Minus, ja. Äh... Oh, Vertigo. The selection is, at least he looks stunning. You get four thousand clams for this one. Hey, I got some money riding on this, so... When you think you can tell me this guy's name, hit your buzzer and type it in, got it? Let's see, this guy played a vampire in the late 70s. And I think he also played Zorro at some point. Oh yeah, and I know he played Evel Knievel because I love that show. And everybody makes a big deal out of his tan. What the hell is his name? Buzz in and type it when you know the answer. Oh, what a shame. What you have to do is type this. George Hamilton has played a disco vampire, a gay Zorro and an Evel Knievel. And if he spends any more time in the sun, his next role could be as one of the California Raiders. I thought it would be true. I think Christopher Lee doesn't have the best Thorn. Also... Ah, it's always been talking about Forrest Gump, right? Well done. Well done. Yeah, I love it. Imagine a lost scene from Forrest Gump in which Forrest is hired to portray Gump in the movie Legend. What is he doing? Coaching his team to the World Series, leading fairies against a demon, attacking terrified Bayou fishermen, or chasing Ichabod Crane on horseback. I don't know. Legend is Ichabod Crane? No. In the movie Legend, Gump is the Elfen leader who teams up with Tom Cruise to defeat the demon named Darkness. Can I tell you something? Are you crazy or just stupid? Stupid is as stupid does, Mr. Darkness. Okay, I need a category. Hey, alright. Guess what you just picked. It's time to play Diss or Dad. Yes. Sehr gut. Besser als die Schnickstack-Fragen oder gibberish-Fragen hier. Na dann. Kicking ass and taking names. Now I'm gonna read off seven movie titles. And for each one I want you to tell me if it features Steven Seagal or Jean-Claude Van Damme. Oh. Ah. Ich bin jetzt nicht so der Actionfilm-Fan. Keine Ahnung. Aber wir... Wir schauen mal. Okay. Oh. I see. You got this thing down. Well, I'll put 30 seconds on the clock then. Let's dance. Above the Law, Seagal or Van Damme. Keine Ahnung. Hard to kill. Death Warrant. Double Impact. Och, was bin ich? Hard target. I'm deadly ground. Last one. Sudden death. Ist die. Äh. 1, 2, 3, 4. Äh. 1, 2, 3, 4. Und raus bist du. Ich hab einfach nur geraten. Ist doch wirklich. Aber hey, schön. Jaa, kann sich sehen lassen. Nur der Schlimmere ausfall. Ah, wie wäre es denn mit Doom hier? 6.000? Ach du Scheiße. Captain Crunch, Boo-Berry, Lucky Charms, oder Musi? Ich wüsste, du hättest das gewählt. Robert Duvall hat sein Filmdebut als Boo-Radley in To Kill a Mockingbird gemacht. Du weißt, ich liebe die Serie, aber ich liebe es, hinter der Tür zu schlafen, während ich sie essen. Ich brauche eine Kategorie. Manchmal muss er sich zurückhalten und das Risiko auch dementsprechend als solches erkennen, ja. Ähm... Machen wir das. Wunderschön. Gefällt mir gut. Oh, das weiß ich, ich weiß das. Es ist traurig, dass das hinzugefügt wurde, aber ich weiß es. Es gab eine Szene in dem Film, wo das in Nahaufnahme gezeigt wurde. Aus welchen Gründen auch immer hat damals Joel Schumacher dem Batanzug Nippel gegeben? Warum auch immer. Das sah total bescheuert aus. Okay, ich brauche eine Kategorie. Was haben wir da? Es sieht wie... Es sieht wie 18, Sir. Für Ihre Spaß. Ich denke, sie werden jemanden nehmen. Und wenn Sie die richtige Antwort bekommen haben, Sie bekommen 2,000 Dollar. Hey, Sieinnerst du den Karten von Superfrieren? Wenn Lex Luthor und die Legion der Däumen gehalten haben als Supervillains, um die Legion der Decente zu sein, was sie machen würden? Die Legion der Decente zu verbreiten, die Hollywood-Extrate zu verbreiten, die in den Filmen schreiten gegen die Immoralität in den Filmen, oder die Verwendung der Interjektion... Also, Legion of Decency klingt doch schon sehr nach Zensur, oder? Also, ich glaube, das müsste drittens sein. Die Legion of Decency war eine katholische Organisation, die in den Filmen schreiten gegen die Immoralität in den Filmen, und sogar ihre eigene Ratingsysteme veröffentlicht. Ich dachte mir, was sie sagen würden, über Batmans Nippeln. Kategorie, bitte. Question. Night. Oh, ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Warum ist es... Okay, pick eine Kategorie. Ah, was klingt denn machbar? Äh... Question 20. This category is known as... Why, that's a phrase of a different color. 6.000 bucks on the table, better make it good. Ja... Eine Frage, die ich beantworten kann, bitte. If you read in Variety, that Spider-Man has found a new career helming for the webs, What will you expect Spideys next project to be? Writing for the film studios, producing movies for the internet, green lighting projects for a cable network, Or directing a made-for-TV movie. Also, web klingt für mich viel Internet, aber ich weiß nicht, ob das ein... Helming for the webs... Ist das eine Falle? Willkommen zu www.loser.com Ja, das ist... Ja, klar, das ist nicht stimmt. In Variety speak, Helming is directing and the webs are the TV networks. Ja, Spidey enjoys fighting crime, but he really wants to direct. Okay, ich habe noch nie gehört diese Fase. Nice logo, they're playing our song. Might be synthetic, but they're not stupid. Äh, nehm mal Logo. Oh, jetzt. Die Filmrolle hat sie aufgehangen, und jetzt kommt die Jerk Attack. Uh. Hahaha. Die Musik ist schon mal richtig angstelflösend hier. Ah. Nice logo. Na dann. Schau mal, ob ich mich mit wie viele Logos ausscane. MGM. Nein, das war doch der Löwe! Ball of Snot natürlich. Metro, Golden, Major, wie heißt das? Castle Rock. Soldier. Lighthouse. Orin. Das kenne ich gar nicht. Woman with Torch. Constellation. Achso, ja. Columbia. Was war ein Columbia? Ich kenne das doch. Woman with Torch. Das war jetzt die Frau mit der Packe. Genau. Tristar. Planet Earth? Ne, Tristar war doch jetzt hier mit Swinged Horse. Genau, das hatten wir doch vorhin schon. Pegasus. Universal. Das ist aber jetzt Erde oder Planet Erde. Genau. Ja, so haben sie echt nicht geändert, ja? Paramount. Lama, nein. Lama zu. Ja, es war okay. Und. Ja, okay. Player, this victory was so strong, it evoked memories of, well, not much, because it wasn't that strong. But here are some strong words for you. You don't know yet. Great show everyone, very nice. Naja, wenigstens war ich im Plus-Bereich und ich nehme den letzten Satz mal als eine Art Kompliment an, ja? Also, es war nicht so schlecht, es war nicht so gut, es war okay. Aber ich glaube, ich habe mich besser als in der Sportfolge geschlagen, das muss man ehrlich mal sagen. Also, Jack Attack gerade eben war fantastisch, das war gut machbar. Und ja, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich aufgeladen. Und dementsprechend kommt jetzt auch noch Runde 2. Bis gleich.